Sie glauben Ihnen kein Wort. Was? Ein kleiner Handwerker wie Sie kann so eine Bombe unmöglich allein gebaut haben. Wer hat Ihnen die notwendigen Hilfsmittel beschafft? Zum letzten Mal. Wer sind Ihre Hintermänner? Ja. Gut, dann sage ich es halt. Bei uns im Dorf gibt es nur zwei Telefone. Der Churchill hat mich im Milchladen angerufen, weil im Rathaus wäre es eher schlecht gewesen. Der Churchill hat mich angerufen und gesagt, Elsa, bau eine Bombe und jagd den Hitler für mich in die Luft. Wir alleine schaffen das nicht. Ich kann nicht sagen, was es nicht gibt. Geben Sie mir einfach Papier und Bleistift, ich kann es euch beweisen! Geben Sie mir einfach mal.